Tante Bertha, wann gibt's denn endlich Essen? Ich hab Hunger! Jetzt hat ihr mich nicht gehört. Bertha, Tante Bertha, wann gibt's denn endlich Essen? Was ist hier im Watt auf die Tür? Mensch Kind, was ist denn los? Du sitzt hier die ganze Zeit nur hier und schreist, hast Hunger, 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 Hunger. Hier, da, nehme mal den Topf ab. Es ist heiß, pass auf, es ist heiß. Bertha, was hast du denn da Schönes gekocht? Ja, das ist eine schöne Wassersuppe, ist das. Schön, das ist gesund, ist das, gesund, ja. Können wir uns mal von der schönen Wassersuppe nachnehmen. Ist echt lecker. Tante Bertha, hast du schon gehört? Ja, das ist, was die neuen Nachbarn da drüber gesagt haben. Kind, jetzt hör doch mal auf. Beim Essen spricht man nicht. Ist, ist die Wassersuppe. Ist, beim Essen spricht man nicht. Tante Bertha. Tante Bertha. Was ist denn los? Ich hab dir doch gerade gesagt, beim Essen spricht man nicht. Beruhig dich mal, isst die Wassersuppe und danach können wir immer noch genug reden. Beim Essen spricht man nicht. Mann, Tante Bertha! Zusammen, Kind. Hat's dir denn geschmeckt, unsere Schönwassersuppe? Was wolltest du denn eigentlich die ganze Zeit sagen? Tja, das ist jetzt auch total egal, was ich dir sagen wollte, vor allem die ganze Zeit, weil die Fliege, die dir da in deine Wassersuppe geflogen ist, die hast du jetzt scheinbar durch deine Brille übersehen, die hast du jetzt schon aufgegessen. Deine Ahnung. Man sieht ein paar Wochen. Geräte es einen solchen Ringentaktore, mein Vatern, 동mäcardnis und mitin negócio gestalten. Mit ihm, mit einem sentiments gestalten.